Herzlich Willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten von und mit André Christen. Und das bin ich mit der nächsten Folge zu meinem Lebensweg. Schon eine ganze Weile her, dass ich zuletzt darüber gesprochen habe, wie ich mit der Erzieherausbildung in Niebüll an der Erzieherfachschule angefangen habe. Und wie das so lief. Heute möchte ich euch ein bisschen darüber erzählen, was ich denn für Jobs nebenbei gemacht habe und warum überhaupt Jobs nebenbei. Nun, ich war ja fast 26 Jahre alt, als ich die Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg als Erzieher begonnen habe. Somit musste ich überlegen, wie ich diese Ausbildung finanzieren kann. Es gab damals die Möglichkeit, Schüler-BAföG zu beantragen, das habe ich auch getan. Und ich habe auch tatsächlich sogenanntes Eltern-unabhängiges Schüler-BAföG erhalten. Das heißt, ich musste das auch nicht zurückbezahlen. Das waren zu dem Zeitpunkt als Höchstsatz 600 D-Mark. Und die sind auch ganz genau für meine Wohnung, für meine erste Wohnung draufgegangen. Das heißt, ich musste gucken, wie ich meinen Lebensunterhalt ansonsten noch verdienen kann. Es gab dann nochmal für 18 Monate, da hatte ich wirklich Glück in Anführungszeichen, also es war ja mein Recht, noch Kindergeld. Und zwar lag das da dran, dass ich Zivildienst gemacht hatte. Und für diese Zeit hatte ich noch diese 18 Monate gut, die ich damals Zivildienst gemacht habe. Also habe ich 18 Monate lang noch, lasst mich lügen, es waren irgendwie zwischen 200 und 300 Mark Kindergeld, die ich bekommen habe. Somit war klar, ich muss nebenbei arbeiten. Heute im Rückblick sage ich oft, ich habe gearbeitet und nebenbei die Erzieherausbildung gemacht, weil die Arbeitswoche zum Teil, nicht die ganzen drei Jahre, aber zum Teil wirklich sehr voll waren. Begonnen hatte ich ja, das habe ich in einer der Lebenswegfolgen auch schon erzählt, mit einem Spielkreis bei der Familienbildungsstätte. Da habe ich ja gearbeitet, bis die Erzieherausbildung losging. Ich bin im Februar nach Nordfriesland gezogen, im August ging die Ausbildung los. Und das halbe Jahr habe ich dort gearbeitet. Und dann habe ich in der Familienbildungsstätte weiterhin Kurse gegeben. Verschiedenste Art und Weise, vom Kinderkochen über eine Beratungsgruppe oder eine Eltern-Kind-Gruppe zum Thema Scheidung und getrennt sein als Eltern. Habe Ferienprogramme dort auch gemacht, im viel kleineren Stil als in Ending und so weiter und so fort. Also ich habe dort auch ein bisschen Geld verdient als Kursleiter. Habe im letzten Jahr sogar dann von der Ausbildung noch Elternschulkurse gegeben, auch über die Familienbildungsstätte. und habe eben so die ein oder andere Mark damals ja noch verdient. Das hat aber nicht gereicht, das heißt, ich musste ein regelmäßiges Einkommen haben, weil die Kurse, das war ja immer nur ein paar Wochen und dann war wieder nichts oder Ferienprogramm halt im Sommer was, aber dann wieder nichts. Und dann habe ich Ausschau gehalten, was ich denn machen könnte. Und da ich schon immer so ein bisschen affin war mit der Gastronomie, ich hatte ja auch versucht, die Hotelfachlehre anzufangen, hatte ich in dem Bereich eben auch geguckt. Und habe aber auch geguckt im Bereich Kinderbetreuung. Im Bereich Kinderbetreuung bin ich dann fündig geworden. Ein junges Gastronomenpaar hat jemand gesucht für ihre wirklich kleine Tochter noch. Ich glaube, die war noch kein halbes Jahr alt, wenn ich das richtig erinnere. Also zumindest noch kein Jahr. Und da haben die jemanden gesucht, weil die haben eine Gaststätte übernommen in Nordfriesland, im nördlichen Nordfriesland, ziemlich dicht an der dänischen Grenze. Und suchten halt jemanden, der ihre Tochter tagsüber und abends quasi betreut. Das heißt, Flasche geben, spazieren gehen, wieder hinlegen. Viele von euch kennen das. Die Kinder in dem Alter schlafen natürlich recht viel. Ja, da habe ich dann angefangen und das Vertrauen war von Anfang an da gegenseitig und das hat echt Spaß gemacht. Und dann war das Eröffnungswochenende von dieser Gaststätte. Und ich war dort und habe die Kleine betreut, habe sie dann hingelegt, sie hat geschlafen. Da gab es ein Babyfon, die Wohnung war über der Gaststätte. Und dann bin ich runtergegangen mit dem Babyfon quasi in der Hand und habe halt unten gesessen, da in der Küche, in der Dienstbereich, sage ich mal, von den Mitarbeitern. Und das war eine recht kleine Crew und der Chef hatte damals noch, von seinem ehemaligen Arbeitgeber hatte er noch Leute ausgeliehen, um dieses Wochenende zu stemmen, weil da gab es eben auch umsonst Essen und was weiß ich was alles. Da war auch ein Saalbetrieb dabei. Auf jeden Fall saß ich dann da und er sagte, hast du schon mal irgendwie was in der Küche gemacht und hast schon mal da gearbeitet irgendwie, könntest du uns mal ein paar Salate fertig machen? Da sage ich, ja, so ein bisschen affin bin ich, da habe ich ein paar Salate fertig gemacht und das lief ganz gut. Und da habe ich mich wieder über die Kleine gekümmert und nebenbei wieder irgendwelche Salate fertig gemacht oder was anderes noch geholfen beim Abwaschen und, und, und. Auf jeden Fall kam ich in der Woche drauf wieder zum Babysitten und da hat er gesagt, du, Plan B, ich fand das so toll, wie du mitgearbeitet hast. Ich möchte dich gerne als, quasi als Beikoch hier mit dabei haben und wir haben jetzt noch eine Frau eingestellt, eine ältere Frau, die in der Küche mitarbeitet, Wäsche macht und so weiter und die Kleine passen soll. Hast du Lust? War ich natürlich sehr überrascht, hatte aber Lust tatsächlich und so war es dann, dass ich, ich glaube, anderthalb Jahre im Prinzip nochmal eine Kochausbildung bei meinem Chef gemacht habe, weil ich habe, ja, ungelogen, fünf, sechs Tage die Woche habe ich gearbeitet in der Gaststätte. Er war allein in der Küche. Wir hatten eben diese Frau noch, die dann zugearbeitet hat, die hat eben Salate fertig gemacht, Kartoffeln geschält, Abwasch gemacht, Wäsche gemacht und eben die Kleine gepasst. Und ich war aber im Prinzip sein, sein Lehrling, Geselle, wie auch immer, wie man das auch immer schimpfen will und das hat irre viel Spaß gemacht, muss ich euch sagen. Aber es war auch anstrengend. Ich bin von der Schule oft direkt dorthin und habe dann nachmittags angefangen, ein sogenanntes Mise en place zu machen, also alles vorzubereiten für den Abend, die Soßen vorzubereiten, Salate vorzubereiten, ja, halt alles so, ne, Kartoffeln kochen und, und, und. Und dann halt bis abends um, ja, bis zehn, halb elf war Kücheschluss und dann noch sauber machen, irgendwie vor elf war ich selten zu Hause. Ja, und das wurde mir mit der Zeit einfach viel zu anstrengend und hinzu kam noch, wie es häufig so ist in der Gastronomie, es wurde auch recht viel Alkohol konsumiert. In dem Falle war es Sekt und es ging immer nur den Schrei durch die Küche, Kühlhaus und dann sind wir ins Kühlhaus gegangen und haben erstmal eine Flasche Sekt gekillt und das war nicht nur einmal am Abend. Und irgendwann war bei mir der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nee, das geht so nicht mehr, du wirst hier noch zum Alkoholiker oder weiß ich, was hier passiert und bin dann relativ schnell gegangen. Das war dann auch so ein bisschen ein blödes Ende, ich kann das gar nicht mehr genau sagen, warum das so war, aber es war irgendwie ein blödes Ende. Und ja, somit war der Job weg. Ich habe ein richtig gutes Geld verdient damals, wirklich gutes Geld verdient und konnte sehr, sehr gut davon leben, weil einiges natürlich auch schwarz war. Viele Grüße ans Finanzamt. Ja, ich musste mir eine Lösung überlegen und was ich mir für eine Lösung überlegt hatte und wie das dann weiterging und mit welchen Jobs und was das wiederum für Auswirkungen auf mein gesamtes Leben bis heute hat, das erzähle ich euch in der nächsten Folge meines Lebenswegs. Seid gespannt und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andré-anderswo.de vorbei. Ich kann euch vermöde ebenfalls sehen. Auch extended, schau gerne bei und lieber bei es, da schau gerne bei, oderuet就 mich Amelia 변�